Bevor das Video beginnt, ich habe gerade gesehen, dass einfach über 55% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht mal abonniert haben. Also ja, ihr könnt gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, los geht's. Auf jeden Fall habe ich heute mal wieder mit It's AssyTV gespielt und wir haben ein 1 gegen 1 gemacht, aber nur mit der Deagle. Dann hier der neue Shop, es sind alle Osterskins im Shop und immer noch der Häschen-Hüpftanz. Boah, ich finde den so geil. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr rechts unten im Shop bei Unterstützer1Creator meinen Creator-Code eintragen würdet. Arianfn, dann annehmen. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. So, wir sind jetzt hier im Kreativ-Modus. Willst du mal Hallo sagen? Okay, weißt du schon, was wir machen? Ähm, Deagle 1 gegen 1, oder? Ähm, ja, willst du mit irgendwas spielen? Äh, ja, V-Bucks. Okay, wie viel? Junge, 13.500. Also das 100 Euro-Paket? Ja. Okay, komm. Alles oder nichts. Okay, pass auf, äh, du musst da drauf, dann, ähm, sind da vorne Kisten. Gehen die gerade in die andere Richtung. Ah, okay. Ja, da. Okay. Äh, willst du Deagle und Greifer oder nur Deagle? Ähm, ich würde sagen, nur Deagle, weil ich glaube, mit Greifer wäre es ein bisschen krass, oder? Ja. Okay, machen wir, wer als erstes 15 Kills hat? Ja, ja, das ist gut, 15 Kills, okay. Okay. Und wenn man einen geholt hat, äh, soll man da respawnen, oder? Äh, ich weiß nicht, was sagst du? Also, wenn du mich jetzt holst, aber ich dir schon voll viel Schaden gegeben habe, darfst du dann respawnen, oder nicht? Hm, weiß nicht. Sollen wir das so machen, oder nicht? Hm, lass ohne respawn. Ja, okay, ohne respawn. Bereit? Ja. Okay, los geht's. Okay. Was brauchst du da schon? Ja. Oh! Nein, Digga! Nein! Ich schwöre, hättest du diese Watt nicht gemacht. Junge. Oh! 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 Nein! 1 zu 0. 1 zu 0. Aber du hast mir gut Schaden gegeben. Na, witzig. Wie weiter geht's? Puh! Nicht mit mir, Freundchen. Ey! Fuck! Oh Gott! Nein! 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 Was? Oh mein Gott, du hättest mich fast getroffen! Nein! Oh mein Gott, ja! 1 zu 1. Ah, da bist du. Also 1 zu 1. Muss ja auch bisschen spannend sein, ne? Ach komm, sehr leise. Wie der extra so tut. come trickshot come trickshot was denkst du dir denkst du ich bin so ein maskottchen oder was das der mit trickshots nein ich muss nachladen was nein zwei zu eins nein nur die ich weiß dass du gut mit jagdgewehr ist ja was soll ich jetzt machen muss über mir komm doch runter ok na wo bist du ich treffe gerade nichts ja kein zufall ich glaube 15 ist ein bisschen zu viel ich glaube es einfach nicht ich weiß 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 nicht Nein! Woher? Wo bist du? Nein! Würdest du dich hier... Du gab's nicht rumspringen! Mann! Ah, stimmt's! Ja, jetzt hab ich dich locker, Digga. One-Shot, wo bist du? Locker, easy, genau. Jo. Hä? Ich schwöre, ich hab dich getroffen! Anscheinend ja nicht. Moin. Ah, nein, 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 nein. Hörbester, warte. Komm runter, komm. Komm! Ja, gleich. Das ist eine Falle. Ho! Ja, du wolltest mich in eine Falle locken, ne? Oh mein Gott, was? Nein! Ey, ich hab keine Lust mehr! Ey, maaan. Ich dachte, ich hab mich verbessert. Hast du auch. Ja, das ist nicht mehr 5 zu 0, sondern 5 zu 1. Ja, das ist klar. Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott, das ist... Jetzt hab ich dich, Digga. Ja. Jetzt reicht's. Oh, du bist... Ich dachte, du wärst noch drin. Ja! Okay, 6 zu 2. 6 zu 2, wart ab! Wäre ja jammer schade, wenn du jetzt sterben würdest. Gott, wo bist du denn? Ich baue... Irgendwo. Oh, du bist oben? Nein, ich kann hier kein Hanging-Glade eröffnen. Ja! Gott! Ähm... Äh... Sorry. War das One-One-Shot? Das war... Die Glade-Shot, ja. Was jetzt? Okay. Wenn du das noch einmal bringst, Digga! Dein Eil! Komm, letzter Versuch! Tanz! Tanz! Weiter, weiter! Ah, ich... Nein, Mann! Jetzt wird's ein Headshot, pass auf. Jetzt wird's ein Headshot! Ich spüre es. Ich spüre, dass es ein Headshot ist. Mach. Geil. Der Headshot. Ah, da bist du. Ach, drei? Ja. Wo bist du? Was? Es kann nicht wahr sein. Wie trifft du mich? Du benutzt Hack oder so. Ja, wahrscheinlich. Ah. Oh. Hätte ich getroffen. 10 Euro. Direkt. Guck, guck, runter. Guck, runter. Ja, was ist da? Dein Tod ist da. Dein Tod. Mein Tod ist da. Jetzt reicht es langsam. Es reicht, Mensch. Halt still. Vertanz. Ey, Junge. GG. Ja. Lass mich 15. Okay. Ja. Brauche ich noch 5 Kills und du 12. Ja. Ey, komm schon. Halt still. Ja. Oho. Oho. Uh-oh. Oho. 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 Ja. Ne, sind zu viel. Das war auch so klar, dass ich verliere Versuch kannst du Trick Shops zu machen? Bin ich so schlecht Nicht schlecht, 11 zu finden Ich schatze mal die Map neu Was hab ich gerade getroffen, die zwei No-Scopes Ach komm Digga, das Spiel geht mir so auf den Senkel Ja Hä, wieso kriegst du keinen Schaden? Hä? 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 Was? Ich bin eingesperrt Achso, ohne Ja, ok Oh mein Gott Das hat man nicht Jetzt reicht's Digga, jetzt kille ich mich Komm, jetzt spiele ich Jetzt spiele ich mich nicht ganz, weil irgendwann reicht Komm, ich hole dich jetzt Mach das Ich hole dich jetzt auf Ansatz Jetzt hole ich dich, guck Ja, oder auch nicht 150er Detail-Aidshot So, ich hab jetzt 15 Kills, ne? Wie viel hab ich? Äh, sieben glaub ich Hä? Was, ne? Ja, ok Ja, ok Ja, was jetzt? Na ja, du hast verloren Ja und? 13.590 Für dich Du hast verloren Ja, guck mal Ja, guck mal Junge, ich dachte ich gewinne, man Ich schwör, ich wollte nicht alles gewinnen Nein, alles gut, du musst nicht geben Hä, ich schwör? Nein, mega Nein, mal guck, vielleicht geb ich die, ok? Nein, muss nicht geben Doch, ich geb die vielleicht, mal guck Also, das war's auch schon mit dem Video, ich hoffe euch hat's gefallen Dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen Und fängst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen Creator Code Ariane fände ich vergessen Und ja, bis zum nächsten Mal, tschau